. Aber wir müssen gleichzeitig schießen. Nettkampf. Nettkampf. Ich glaube, du bist zum Spaß hier. Wer pfeift deine? Ich sag ich. Ready, steady, go! Ja, geht ihm! Wir müssen sauber machen, die Dosen. Genau so. Okay, hol ihn! Nimm her, nimm her! Oh! David, du Loser! Ja! Hey! Ich hab keine Chance. Hey! Ich hab keine Chance, hab ich gesehen. Hey, warte! Ja! Du bist schon reingelaufen! Der nimmt meinen Ball weg. Was ist? Hey! David Alaba ist natürlich auch so schlau und läuft in die Schussbahn vom Holger Badstuber rein. An und Pfirsich müsste man hier hinterm Tor sich den Ball holen. Aber der läuft einfach da rein. Er muss warten, bis ich weg bin aus der Linie. Du hast eigentlich recht, aber was machst du? Na, ich hab recht! Das ist der Ball noch weg. Hey! Hey! Ich würde sagen, jetzt machen wir weiter. Wenn am Schluss das Entscheidende ist, machen wir noch am Schluss ein Shootout. Aber jetzt machen wir weiter. Du musst doch hinten drauf und reinlaufen! Du, die anderen weg! Du, die bereinigen! Jawoll! Ja! 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 1-1! 1-1! 1-1! Ja! 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 Ich mach ja nichts gegen den Ries. Das ist erlaubt. Ich habe Lust, da passiert was. Er geht zurück zurück und genau der Zwischendachruppe. Und Achtung, fertig! Ja! Ja! Da wirst du! Ja! Ja! Haben wir es gewonnen oder wie ist es jetzt? Da gibt es sogar einen Shootout. Schau, wie lange die brauchen. Unsere ist schon perfekt aufgestellt und die brauchen 10 Jahre dafür. Wir stellen uns auch weiter auseinander. Ja, aber ey. Guck mal, wie alt ist das? Hey, was ist das? Was ist das? Warte, warte, was ist das? Schiri, sag doch mal was. Verschied sich da. Ich meine, wir haben eine Geheimtaktik. Ja, aber das ist öffentlich. Öffentlich ist Training. Aber einmal habt ihr einen Vorteil gehabt. Wenn die das nicht checken, mach ich nicht. Okay, ready, steady. Gut, Levi. Wir stellen die beiden zusammen. Ja, so ist es richtig. Germany wins. Sollen wir kurz. Wollen wir noch mal Fragen stellen an die Verlierer? Ehrlich, wir sind echt stolz drauf. Siri, stell dich da zu. Der Schiedsicht hat, du musst erst den zweiten passieren. Dann tust du es da gewonnen. Also ich fasse mal die Verlierer dazu. Passt, ich mache ein Foto von euch. Kommt. Du da mit denen. Jetzt stellen wir mal ihn. Ihr zwei. Kommt. Wie war das so? Ich muss die Frage weitergeben. Das Spiel zu gewinnen? Das Regelwerk ist noch ein ganz junges und wir müssen es überdenken. Ihr Regelwerk ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. David Anabali, Robert Lewanowski, wie war es heute? Was sagt ihr zu der 3-1 Niederlage heute? Wie 3-1? Wie 3-1? Nein, wir haben nicht verloren. 2-2? Wir haben nicht verloren. 2-2 war er. Wie 3-2? Habt ihr das irgendwo gesehen? Das ist dick vorne nahm? Ich habe noch ungefähr eine Kamera. Ach so, das Schiri ist der. Und da unten liegt sich noch, was der Holger kaputt gemacht hat. Aber wie sieht es 2-2 aus? Ja, 2-2. Wo ist 2-2? Das ist das allerbeste. Holger, komm, geh mal einen Kaffee trinken. Dann geh ich euch. Habt ihr das mal. Schauspieler. 3-3! 4-3! 0-3! 0-3! 0-3! 0-3! 0-3! 0-3! 0-4! Untertitelung des ZDF für funk, 2017